Hallo Leute, es geht weiter mit Lego, der Herr der Ringe, und wir sind hier mitten im Kampf. Und müssen uns hier durchschlagen. Oh, oh. Äh, Gimli muss scheinbar... Äh, Gimli, Gimli, ich brauch dich. Mach die Dinger mal kaputt, Gimli. Ja, super, machst du das. So, und jetzt bau schnell, bau schnell, bau schnell. Damit die Toten uns nicht hier fertig machen. Ich muss ihn, glaub ich, nur so oft treffen, bis er nicht mehr lacht. Oh, 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 oh. Schnell! Schnell! Nein, Aragorn! Komm her! Komm her! Bis lachst du so. Und wieder alles kaputt. Nein! 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 Da kommt wieder einer. Nachricht platt. So, das sind jetzt die vier Türmchen. Nee, da kann er nicht hin. Wie komm ich da hoch? Ah. Wo geht er jetzt hin? Den hinten. Das war ein Turm. Das war ein Turm. Den mache ich fertig, den untoten Fürsten. Nur der König von Gondor vermag, mir Befehle zu erteilen. Ich bin Isildurs Erbe. Kämpft für mich, und ich werde euren Eid als Entfüllt ansehen. Kline Zöte. Schnell! Dosen! Oh, 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 oh. Wir kämpfen. Nicht gut. Ja. Und ich habe auch nicht wahren Abenteurer geschafft. Das ärgert mich gerade echt ein bisschen. Es hätte nicht mehr viele Punkte gebraucht eigentlich. Nicht geschafft. Warum auch immer, wo ich so viel kaputt gemacht habe. Naja, man muss es ja auch nicht immer schaffen. Wäre nur ganz schön. So, und nun? Geschichte fortsetzen natürlich. Wie immer. Wo geht's denn jetzt mal hin? Ich würde ja sagen, jetzt fängt die nächste Schlacht bald an. Du sollst an meiner Stadt über das Volk herrschen. Lange mögest du Edoras verteidigen, wenn die Schlacht schlecht ausgeht. Das gefällt Eowen gar nicht. Es ist ein weiter Weg. Und Mann und Tier müssen noch kämpfen können, wenn sie ihn zurückgelegt haben. Kleine Hobbits gehören nicht in den Krieg, mein Herr Meriadoc. Es ist ein Dreitagesritt nach Minas Tierritt. Und keiner meiner Reiter kann sich mit dir belasten. Das ist mein letztes Wort. Ja, ja, die Eowen, die kümmert sich um die Hobbits. Das fand ich immer sehr, sehr nett von ihr. Weil sie sich selber ja auch so ausgeschlossen fühlte, dass sie immer so sich denen angenommen hat. Obwohl andere, die so nur als kleine, arme Wichte ansehen, die eh im Krieg sofort sterben. Und sie dann gesagt hat, ja, aber die haben auch was, wofür es sich zu kämpfen lohnt. So, was ist jetzt hier? Den kaufen wir. Und schlagen ihn. Den haben wir jetzt auch. Den Typen finde ich gut. Was ist mit den Zelten? Können wir die nicht kaputt machen? Hm. So. Äh, wo geht's denn jetzt mal hin? Ich würde sagen, wieder so runter. Äh, so wollte ich eigentlich nicht runter, aber kann man auch. Ich will die ganzen Punkte nicht verpassen. So, los geht's. Ab nach Gondor. Nö, nö. Alles kaputt gemacht. Immer dieser Theoden. Wir werden nicht wieder am Ende des Levels nicht alle Punkte haben, ne? Das wäre ja auch doof. Joho, Joho. Bin ich ja mal gespannt. Macht euch Kampfbereit. Zur Mauer. Verteidigt die Mauer. Mit dem Klavier. Na klar. Und das Schwein, wie immer. Ja. 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 Zieht auf die Trolle. Tötet die Trolle. Macht sie nieder. Ihr seid Soldaten Gondors. Was auch durch das Tor kommen mag. Ihr haltet eure Stellung. Hallo. Ja. Ups. Huh? Was auch geschieht, bleibt bei mir. Ich passe auf euch auf. Reichen zur Vernichtung und zum Ende der Welt. Oh, yeah! Woohoo! Woohoo! Okay, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Nee, ist klar. Wo soll ich hin? Ich will das nochmal machen mit dem Reiten, das macht voll Spaß. Oh, oh. Hm, das macht sie. Nicht zwischen den Nazgul und seiner Beute. Oh, doch. Ich gucke mir gerade mal eben hier die ganzen Punkte, bevor ich das Vieh besiege oder so. Und dann, äh, oh. Das kann ich machen. Oh, aua. Das war gut. Schade, dass ich die anderen nicht auch angreifen kann. Speichern und fortfahren mache ich hier auch mal an der Stelle, wenn ich kann. Oh. Das war gerade mein eigener Soldat. Das war auch schlau. Mann. Gehe da trotzdem hin. Immer drauf auf den Korb. Ja. Oh. Das war's. Ich stehe direkt vor seinem Maul. Na komm. Okay, ich muss hier irgendwas machen. Was soll ich hier machen? Ah, er soll bestimmt hier draufschlagen. Haha. Selber schuld. Ich hole mir schnell die Punkte. Ich schaffe das nämlich, sonst glaube ich nicht. Oh, ich muss hier auch was bauen. Gleich tut er mir weh. Auch schnell. Nein! Eowyn. Komm schnell wieder. Ja. Oh, ich schaffe das hier, das nicht zu Ende zu bauen. Unglaublich. Na komm. Bleib da stecken. Wo soll ich denn hin? Oh Mann, oh. Und ich war überhaupt nicht in dem Spalt. Hier aber. Komm her. Nee, noch einen weiter. Komm her. Komm. Hier drauf. Genau. Du blöd Fisch, du. Nee, aber bin ich auch nicht. Schnell. Sehr gut. Ich bin kein Mann. Andere. Aber hier. Zu spät! Wie immer das Pirat hat! Es gibt Messerarbeit zu erledigen! Kommt schon, ihr Seerat! Runter von euren Schiffen! Jaaa! Oh, schnell die Punkte holen. Die brauchen wir. Und die wollen wir auch haben. Und auch wenn die ganzen Typen an uns gerade vorbeigehen, ist das so. So, Legolas. Dein Einsatz, glaube ich. Oh, oh. Ähm. Hallo. Nicht zu schnell gehen, bitte. Hallo, ich komme nicht hinterher. Komm. Der ist gerade, glaube ich, stehen geblieben. Mist. Nicht mehr gekriegt. Ah, jetzt bleibt er hier kurz stehen. Ich glaube es ja wohl nicht. Äh, Aragorn. Wo bist du? Wieso denn Aragorn? Warum Aragorn? Warum Aragorn? Ist das eigentlich Legolas? So, gut. Dann laufen wir mal wieder zurück hier. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu weit hinten. Okay. Ähm, hallo? Ich wollte gerade schön rüberspringen, du Arsch. Oh man, die nerven mich voll. Und warum machen die anderen nichts? Ich kann doch nicht alles zugleich machen. Mann, dumm. Jetzt hätte ich das voll gut schaffen können. Die stehen daneben, anstatt zu kämpfen, ne? Aufreger. Ich will den nächsten auf jeden Fall eigentlich mit Legolas schaffen. Nerv nicht. Ich will den nächsten auf jeden Fall nicht. Shit. Shit. Den habe ich gekriegt. Dann kriege ich den doch wohl auch. Komm schon. Oh Mann. Das gibt's nicht. Komm. Ja. Komm. Jawoll. Ähm. Na komm. Und jetzt? Und jetzt? Scheiße. Ich war da oben und kann nicht weiter. Hallo. Hallo. Ihr nervt mich. Ihr nervt mich alle. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wie kriege ich den da oben runter? Kannst du mal aufhören, hinterher zu laufen? Ja. Und jetzt? Wohin? Ja. Mann! Es ist so unglaublich, wie lange ich hier gerade brauche, um den Scheißen zu kriegen. Komm her! Ja, kletter hoch da, genau. Kletter da hoch. Kletter da hoch. Mann, ihr Deppen. Und Legolas ist wieder unten, ne? Automatisch war er wieder unten. Leck mich! Ich will das schaffen! Blöder. Was mich so nervt, ist, dass ich das immer wieder machen muss. Jawohl! Ja, endlich! Geh da hoch! Geh da irgendwie an einem Seil hoch. Ich habe Angst, da hoch zu gehen. Komm, mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Na, endlich! Boah! Gibt es ja wohl nicht. So. Ähm. Ja. Jetzt fehlt nur noch einer, ne? Der, der gerade weggelaufen ist. Gimli. Nerven. Speichern und fortfahren. Das ist so sehr schön. Damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Lego, der Herr der Ringe. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und die machen wir auch noch platt, die da hinten. Obwohl sie mir in Wirklichkeit eigentlich leid hatten, weil sie mich an Elefanten erinnern. Ich finde, man darf keinen Elefanten töten. Aber die darf man töten. Und das hier ist ein Spiel. Und da ist was anderes. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Ich würde, bis zum nächsten Mal. minister. Untertitelung des ZDF, 2020